Aus dem Leben einer Deutschlehrerin Folge 2 Hadi und sein neues Geschäft Was machen meine ehemaligen Schüler? Mein liebenswerter ehemaliger Schüler Hadi hat sich eine neue Existenz aufgebaut und ich habe ihn getroffen. Super! Sein Geschäft ist in der Weidengasse in Köln. Es ist ein Imbiss, der Foodfly heißt. Und das ist die ganze Geschichte. Manchmal passieren so schöne Dinge im Leben. Heute habe ich einen meiner ehemaligen Schüler getroffen. Er hat sich in der Weidengasse in Köln ein Geschäft aufgebaut. Es ist ein Imbiss, in dem sehr leckere und frische Gerichte zubereitet werden. Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Jetzt muss er schauen, dass es gut läuft. Aber gute Qualität und freundlicher Service kommen bei den Kunden immer gut an. Und auf dem Rückweg gab es noch einen kleinen Leckerbissen. Das Riesenrad in Köln. Der neue Besuchermagnet. Das war echt schön. Das ist auch so. Das ist ein Imbiss, der Name ist möglich. Das ist ein Imbiss. Ich hoffe, Schieb. Der neue Besuchermagnet. Das ist ein Imbiss. Das ist ein Imbiss.